Ups, den wollte man nicht. Oh, Speer des Regenwalds. Yay! Toll. Okay, okay. Ali brauchen wir jetzt kein Damage irgendwo, aber naja. B-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Wir machen das so einfach. So, so, so. Komm. Put, put, put. Entschuldigung. Egal, egal. Komm, komm, komm. Das passt, hoffe ich. Gut gemacht. Dank eurer Hilfe haben wir ihn. Jetzt weg hier, bevor er aufwacht. Ja, ja. So und nicht anders. Okay. So. Kampagne. Äh, Flaggen zerstören in Außenposten. Okay. Also wir konnten bis jetzt hier erstmal machen. Später machen wir hier mehr. Denn die Flaggen, ja, habt ihr ja gerade gesehen. Wir machen das vielleicht mit 20 allein. Vielleicht finden wir auch eine Gruppe dafür. Können wir mal spontan hier gucken. Jagdschirme, Level 9, Legion. Hier ist nichts. Nada. Konnten wir jetzt halt leider nicht beenden. Denn es wird ein bisschen schwierig, die Elite zu erlegen, wenn die uns auch da richtig zerruppen, ne? Da bräuchte ich mal eine Gruppe. Komm mal später wieder. Nicht schlimm. Erhöhter Einsatz. Das sind die Krallwachen. Das ist auch da drin. Das ist eigentlich egal. Was ist das hier? Sprechen. Ah, nur schreien. Andraru schreien. Da könnten wir jetzt nochmal hin. Wir können machen. Das ist jetzt dort. 94.000. Wir fliegen jetzt mal zu diesem Andraru schreien, glaube ich. Hier ist noch eine Quest, aber die hatte ich, glaube ich, schon mal. Ich werde mir sagen, wenn ich nur. Ich habe jetzt auf dem Siegerland gegrüßt. Und kann nur Gegengift... Ähm... Ne? Ach, nur ernsthaft? Das überlegen wir noch. Oh. Allpost. Blah, Brief überbringen. Wohin? Wohin, wohin, wohin? Das ist bestimmt in Sanktum. Könnt ihr was küssten? Da haben wir noch Quests. Da haben wir noch genug Quests. Ja. Dann werden wir zum Schrein haben wir drei Quests. Wir können aber zur Küste. Da haben wir ein paar mehr Quests. Wir fliegen zur Küste. Dann machen wir halt eben noch die Referisten-Kampagne. Weil das ist eigentlich auch recht easy. Kann man auch recht früh machen. Lufterklärung kriegen wir nicht fertig. Weil es eine Elite. Zeichner sind Elite. Heilig könnten wir auch machen. Glaube ich. Ich weiß es nicht gerade. So. Achso, das war ja Lieferisten-Wappen. So, da sind wir an der Küste. Und da hinten ist Haramel. Habe ich schon ein Video gezeigt. Ach, Sammeln. Tschüssi Kowski. Sammeln interessiert uns nicht. Treibt gut. Ja, das geht. Gehabt euch wohl. Ja? Sprecht doch. Jo, das geht auch. Die hier töten. Halt. Fehlaktion wieder mal. Willkommen, Deva. Jupp, das geht auch. So. Willkommen, Deva. Lieferisten. Dieser Lieferisten-Abschaum hat sich beim Wrack eingerichtet. Die planen etwas. Wenn ich nur wüsste, was. Gut, dann machen wir eben das schnell. Dort mal hingeflattert. Und die Lieferisten ausspionieren. Ja, 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 ja. Die ignorieren uns jetzt im Übrigen. Die sind jetzt alle non-aggro. Aber die Kampagne, die wird ja wohl jeder kennen. Ach ja. So. Hier hoch. Und da rin. Leider ist das irgendwie ein komischer Vogel. Der kann ja nicht rüberfliegen. Neues vom Observatorium? Denkt ihr, sie schöpfen Verdacht? Sie beachten uns überhaupt nicht. Sie denken, wir seien gewöhnliche Seeleute. Genau so will ich das. Eine direkte Konfrontation mit den Wächtern ist das Letzte, was wir brauchen. Glaubt ihr, wir haben genug Bomben, um das Observatorium zu zerstören? Das sind keine gewöhnlichen Bomben. Die kommen aus dem Abes. Dann müssen wir nur auf den richtigen Moment warten. Erteilen wir den Narren in Sanktum eine Lektion, die sie nie vergessen werden. Eindringlinge! 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 Ah, Fehlalarm. Nur ein Plumis. Sicher, James Freundin. Hahaha. So, jetzt schnell hier wieder raus. Aber Moment mal. So. Du hast das geguckt. Aber wir können mal Ja, müssen eh Ah, das klappt. Der Dicke, da wird gleich ein Problem. Aber das wird schon. Wird schon schief gehen quasi. So, hier. Du bleibst da. Hier durch. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Äh, Jäger. Dein Jäger des Vertrauens. Viele Asmus beim Zerstören, das Zerstörer-Wachtung in Heiren. Hä? Hä? Äh? So, 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 so. Dann werden wir jetzt hier mal kurz die Küste ein bisschen klieren. Die Topfkrabben, die Strandgutkisten und diese Sternschildkröten mattschauen. Dann haben wir vielleicht Level Up. Mit 18 gab es nichts. Mit 19 gab es was. Aber mit 18 haben wir vielleicht ein bisschen bessere Chance, den Captain zu legen. den wir nämlich jetzt nach dieser Leveristen-Kampagne machen müssen. Allpost. Yo. Revisionär in Prag. Das ist, glaube ich, ähm... Ähm... Äh, nach einem Hinweis suchen. Naja. So, solchen Kram. Das hier, das hier. Wir machen das mal hier. Die halten eine Menge aus. Aber es funktioniert. Nein. Diese Kisten können ab und zu leer sein. Müssen sie aber nicht. Stoffhose. Sag mal, was ist das denn für ein Schar? Warum kriege ich nur Stoff? Das ist ein Lederhut. Ach so. Ach, okay. Au. Au. Ja, ja, ja. Das sind so ein paar Mobs, die wir hier klatschen müssen jetzt. Langweiliges Grinden. Langweiliger geht's nun immer. Und irgendwie haben wir gerade keine Mocke hier. Ach. Dankeschön. Und ich will ein bisschen zum Krieg. Gern spe�ifisch. Ach, genau. Vielen Dank.